Zerboros Ja? Bist du das? Ja Aber Zerboros, was machst du hier? Der König hat mich gesandt Es ist etwas Schreckliches passiert Der Penisrosch, er hat uns alle getäuscht Er will die Macht des ganzen Königreichs an sich heißen Aber ich dachte, das war alles nur ein Traum Nein, das war kein Traum Und es wird noch viel weitergehen Hi Bist du nicht die Meerjungfrau? Ich bin nicht Meerjungfrau Und außerdem bin ich jetzt ein Junge Ach so, hier hat die Reise wohl angefangen Und hier wird sie auch enden Oh mein Gott, der Penisrosch Ich wusste es Oh mein Gott, der Penisrosch Das Film war die größte Böse Ich habe immer gesehen in meinem Leben Abonniert... ... Untertitelung des ZDF, 2020